ex-fekten mit ihnen um die jährlich ich glaube ich darf gegen die loks n mit meinem brand macht nie dabei kann ich die noch gar nicht hoffentlich ist die druckst nicht gut nun kommt das vorsitzende und von ihm wieder im heim doch nein wo auch nein heute werden wir nicht erkannt hätte das war der pass die sich das machen ja stimmt ich bin ja der gasmasken breit breit nun ich auch wie du ja siehst ich weiß du bist voll leise ich hab dich schon lauter gemacht aber du bist voll leise aviral unser auch unsere wein der der ganz leise schon prumpt das ist unsere wein ich hab den auch hochgestellt aber was mit seinem hätte zu tun wird du hast doch diese Brummen immer wenn er spricht kann man um die ganze Zeit um wenn man mit dem krumm Arsch mag das nicht nicht was rauszuziehen ich habe zu tun das zu uns sagt das sind die letzten und nicht nur zum Arsch ein bisschen sich auch auf der eigenen Mordermark wird zu erwerben Oh, Mann. Wer geht denn bei denen jetzt solo top? Der Nuno, oder was? Oh, Mann. Na gut. Oh, yeah. Chrissy? Ja? Wo startest du? Blue. Blue, blue, blue. Dann geh ich mal dahin. Beim Besäufnis. Hui, ich habe FPS-Einbrüche. Oh, ich hatte gerade nur 59. Jetzt habe ich wieder 60. 57, 60? Na, das ist ja was. Brand ist toll. So geil. Is it hard in here, or is it just me? Let's get it hard in here. So take you for it. I am in too hard. I wanna take my clones out. Du wirst dich ausziehen? Hab man jetzt nicht gehört, oder? Du wirst dich ausziehen? Hab man das gehört? Ja. Also ich habe es gehört. Ob der Rest es gehört hat, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass die dich gemutet haben. Ach gut. Ach gut. Wenn man den Jungle so als Stadt sieht, ist der Blue-Buff die Kneipe und der Red-Buff der Povo, oder? Ja, aber scheiße, da müsstest du besoffen ficken gehen, da gehe ich lieber... Ja, die sind ja so cool, da gehe ich lieber gefickt auf. Oh Gott. Leute. Wir sehen uns, bewegen uns wieder auf allerhöchsten Niveau. Ja, Niveau-Niveau mal wieder, das ist wieder ganz... Also auf allerhöchsten Nivea, wollte ich sagen. Nivea? Ach, ich laufe ja schon los, ich bin ja auch doof. Ich merke, dass Nivea steigt. Ich tanze um ein Feuerchen. Ey, ey, Zeug, ey, Zeug, was denn überhaupt für Niveau? Wir haben doch einen Telek mit dabei. Was? Was? Was für ein was? Ich frage, was denn überhaupt für Niveau? Wir haben doch einen Telek mit dabei. Bitte. Der war ja episch. Der war richtig episch, ich weiß. Nur die Sache ist, wenn ich den öfter attacke, dann resetet er sich, wenn ich weglaufe. Ach komm. Jetzt mir doch jetzt mal den... Alter. Ach, Sparta. Ach, Sparta. Ach, Sparta. Für Sparta. Wie ich gerade so blöd zum Larszitten bin, ich nur... Das ist Sparta, mein Nivea. Das ist Sparta. Ich hoffe, die Loks ist schlecht. Der nette Gasmann. Ein sehr epischer Name. Jetzt harrisset er mich natürlich... Nein, ich hab'n lastet. Oh Gott. Achso, warte, du bist der Supporter, ne? Wie kannst du denn? Ne, so schlimm, dafür lass' ich dir danach sterben. Lol, Loks. Epic. Epic nicht getroffen. Hier ist permanent, dass ich kein Supporter auf der Lane. Der roamed vielleicht. Man weiß ja nie. Ein roaming-Supporter, yay. Oh, da krieg' ich ja schon jetzt Schiss hier in der Mitte. Er supportet den Jungler. Ja. Hat der Supporter von denen erst acht Hill dabei? Ja. Das ist cool. Aber ich würd' mich da nicht als wohlfühlen, da in den nächsten Busch zu laufen, wenn ich wüsste, dass ich da Alistair drin ist. Das ist, wenn's die Möglichkeit gibt. Dass ich da Alistair drin ist? Also, wenn da Alistair drin ist, hochreißen, zurück, ich glaube, das würde ich nicht überleben. Ey, die Loks ist ja wohl doof. Ja, push mal, Mädel. Ich will nicht auf dich zulaufen und so. Ah, ich setz mal Wort. Ah, die Scheiße ist natürlich, die hat ja mega krassen Sustain durch sein Fressen, ne? Ja, ich hab' ja gesagt. Da wird dich zwar nicht killen, aber du ihn auch nicht. Wo ist Kog mal hin? Tod. Boah, ich push kein Stück und trotzdem... Also, ich weiß nicht. Oh, ja, Maokai, mhm. Om nom nom. Der war episch. Und geworden? Ey, bei mir leckst's immer ganz kurz so. Auf, guck mal bitte. Ja, auf wen denn sonst, mein Lieber? Da ist ja nix. Ach, komm schon. Na, das hat ja geklappt. Brand, mit Brand bin ich grad Epic Fail. Ich kann mit Brand nicht Lars hätten. Ah, und ich kann hier mein Schild nimmer auf mich setzen. So, Mist. Ach, Mann. Immer die blöden Supporter. Äh, Moment. Immerhin fiede ich nicht. Yay. Ja, ich lass mich von der Lux aber auch nicht treffen. Ich renne ab und zu einfach mal aggressiv auf sie drauf. Mal gucken, wie sie reagiert. Ja, der Alistair von denen steht dauerhaft im ersten Butsch drin. Mhm. Deswegen stell ich da mal weiter. Schau auf, die sind an. Und los. Sehr schön. Leider nicht First Blood. Aber dann kann ich ja nicht anders. Level 6. Oh yeah. Level 4. Oh no. Ja. Lux pusht schön. Findest du? Ja, die pusht zumindest ein bisschen. Ich pusht gar nicht. Ich verkack immer nur meine Last Sits. Verkackst du mir nur die Kanonen. Oh, bitte geht's ab. Ich muss mal weg hier. Ja, Mitte ging's ab. Bäm, ich hab sie gestunnt. Echt? Ja. Guck mal, es ist es. Danke. Ich üb' ja noch mit Brand. Also. Ich konnte den zwar mal gut, aber irgendwie hab ich's schon wieder voll verlernt. Toll. Ich glaub, Lux will zurückgehen. Die hat nämlich grad ihr Olt hier auf die Minions gemacht, um zu pushen. Meinst du? Ja, wenn sie jetzt weg ist, ja. Ja, guck. Die will zurück. Sag ich ja. Ach, schon wieder der schwule Marokka. Fick dich doch einfach mal. Renn doch! Hallo, ich hatte grad ein Mörder-Lank. Hat man das nicht gesehen? Double-Kill-Man. Yippie. Renn ja mir hier in deinen Busch. Wir waren beide low. Es tut mir leid. Du hättest rennen sollen. Ich hatte ihn gestunnt. Ja, ich hab'n leckt. Ich auch, aber trotzdem. Immerhin sind jetzt beide tot. Ich hab' dich gerecht. Und unser Telek ist gestorben. Ich dachte, du kontraste alles. Ach, sie ist weg. Wie war das? Better-Nerve-Telek? Better-Nerve-Telek, ja. Better-Nerve-Telek. Bimt. Better-Nerve-Brand. Brand-OP-Double-Kill. Oh, Brand-Halb-Telek. Brand hat Telek? Hä? Ja, du hast'n Telek im Inventer. Oh, welcher großer Stab. Ich hab'n Telek? Äh, ja. Ehe, Sherry, dein Blues ab. Oh, ja. Ja. Du hast'n Telek im Inventer. Achso, einen übergroßen Stab. Ja. Kannst'n auch Chrissy nennen, du mal. Mein Nunu ist weg. Bäm, durchgesnipet. Durch die Minions. Oh, da kommt ein Maukei, ein Däumchen. Da ist'n Bäumchen beim Drache. Der kommt vielleicht nach unten, man weiß es nicht. Ja, der will definitiv auf die P-P-P-P-Potlane. Oh, yeah, Lux. Die geht ja auch voll auf Schaden, obwohl sie grad gestorben ist. Finde ich ja witzig. Ah, ich hab' Kamana. Ich hab' Kamana mehr und verreckt, deswegen sopi. I'm so opi. Oh, Lux. Du bist so gut. Du bist so gut. Das ist komplett miss. Die ist zwei Level unter mir. Was auch's bei mir. Was denn? Keine noch zu sehen von um. Okay. Worte mal bitte. Warleg. Trybush. Unser Trybush und Dragon. Ohohoho. Weder ein wildes Mauch. Keiner. Und denn? Ich hab' zwei Wurz. 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 Ich bin quasi schon... Oh, ich ist ein Bäumchen. Bäumchen. Ich hab' mir schon ne Taktik ausgedacht. Hat die Schlampe geworden? Luchs? Nö. Ja, hat er. Nö. 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 Ah, ich hab' mich da nicht gesehen. Unten im Busch ist ein Wurz. Kommen die beide jetzt? Ah. Oh, ist die Lux schlecht. Flasht sich in ihren Tod rein. Wie die Lux gerade in ihren eigenen Tod geflasht ist. So schlecht. So schlecht. Die wollte mich leidbeinten, aber sie hat mich überhaupt nicht getroffen. Äh, schau mir oben. Flasht sich zu mir ran, will mich Leidbeinten und dann BAM. Ist die Tod. es gibt es ist die Loks und kurz vorliegt sich doch über Kratzerloch das fand ich gerade sehr witzig ich habe ich glaube der Nuno macht sich schade bei der Nerf Nuno muss zuerst noch kicken wie ich mit Jace klarkomme oder wie das zu spielen habe der Physik ne noch nicht aber hier unten ist gar nix sind die hier im Gebüsch ich hoffe nicht nö da ist ein Baumchen da ist ein Bäumchen ganz oben bei Telek ich schaue ja immer so auf die Minimap überall rum und so wenn du verstehst Lux ist gerade SS man weiß es nicht wo sie ist nach da oben Brenn Sven hier wo du drin stehst ist ein Wort dann geh ich mal da kommt ein Dings von hinten wie der Nuno noch kommt um die Maukei zu retten Lux ist auch da oh oh die kommen von hinten an die wollen von hinten an kommen die sind da dann gehen wir mal einen Freibusch wenn Lux jetzt wen caged bin ich es nicht hoffe ich ich geh vor okay schauen wir nach oh die sind weg dann lasst uns die Lux töten die ist nämlich schlecht die ist so episch die farmt zwar gut aber mehr kann sie auch nicht sehr schön kurz mal boah wie ich gleich zurückgehe und mir endlich Zweierschuhe holen kann ich bin Brand mit Ignite das ist ja schon irgendwie Ironie des Schicksals finde ich für sie aber witzig na Lux was macht die denn eigentlich müsste er so einen Spruch bringen wenn du jemanden Ignite mein Nuno ist nicht zu sehen ja eigentlich schon ne so was weh los kleiner Bruder geht ihn lol ich bin ok es tut mir leid Lux ich habe schon so oft Lux gespielt ich weiß wie man das ausweicht es tut mir wirklich leid die hat gleich keinen Mana mehr Nuno ist immer noch weg ach ne doch nicht oh so alte durch Lux habe ich etwa mit meinem Stun getroffen ich glaube ja das ist ein wildes Nurkant und du bist mit dem Hals kann man dann allein nach Besparen warum sich die Lux eben gerade zu verhindern die hat echt einen Busch ja das ist ja episch, ne? damit er seine Ruhe zu arbeiten kann ach, da war ich halt die Jans ist halt gewartet nur damit er seine Ulti-Kasten kann wie Grimlofer ey Lux bist du irgendwie bescheuert? die verschwendet wow all ihre Skills jetzt hat sie mich gelasert oha hat's weh? nicht wirklich ich habe noch einen Heiltrank also kann ich gerade noch so verkraften die verschwendet ihr Mana die hat gerade ihr Clarity benutzt also die hat keinen einzigen Skill bei mir getroffen außer gerade ihren Laser wenn du magst können wir sie töten bleib so äh ich komme von hinten ja von unten im Rundigen quasi die Rainfront brennt ist jetzt auch nicht so toll finde ich wie das wilde Maukai da immer noch steht das wilde Maukai das hast du von mir geklaut ich sag auch immer das wilde etwas ist ja auch süß gehen wir kurz weg ja ich bin süß wo ist denn so yeah doppeltöte das war aber kein Doppelkill Lux hat schon wieder kein Mana mehr und ich habe nicht mal Clarity und bin trotzdem nicht out of Mana äh ich komme was die Lux spielt so kackendefensiv ja können wir die überhaupt tun nee so defensiv wie die spielt ich meine die hat gleich kein Mana mehr äh ich könnte bei deinen Mana Problemen gerade mal helfen ich habe gar keins aber kannst du gerne tun gut dann fange ich schon mal an oh yeah ach komm Turm vielleicht ich würde dir empfehlen Steine weißen zu holen bist du soweit Chris? ja du kannst ihn holen ok ich hole ihn mir er ist zum Abstauben breit danke Lux SS aber keine Sorge die kann nix die ist echt SS oh ich dachte jetzt die steht wieder nur auf Kabe ihrem Turm aber die ist wirklich gerade nicht da ach komm ich verkaufe jetzt meinen Ward und kaufe mir dafür Schuhe ich brauche die Wards gerade eh nicht das Lux ist wieder da Maukai kommt nach unten passt auf wie ich immer die Map im Überblick habe ja so nur nur oben weg der rennt aber wahrscheinlich bloß oben durch den Jungle dann schaffe ich der ist bis jetzt noch nicht mehr außer seinem Busch da oben ne ne der kennt da Minuten lang drinnen oben der Teller Lux kommt nach unten Lux kommt nach unten ich komme mit ne der hat auch schon vorhin ne der hat auch schon vorhin ne der hat auch schon vorhin ne der hat die ganze Zeit gewartet das Lux im Dreibusch mhm sollen wir sie töten? wie sie gerade jetzt hier zu mir laufen wollen wie will sie töten? oh Sehr schön. Ah! Danke. Ach nee, oder? Uah. Doch. Ich habe gerade epische Lacks. Wow, schöner Sam. Danke, ich habe Lacks, aber egal. Ey, ich habe 5-0. Geil. Oh, wollen wir Drache machen? Ich habe nicht wirklich Mana, aber... Du musst ja nur Auto attacken. Ich habe zur Not noch Ignite. Sehr schön. Habe ich gerade einen Double-Kill gemacht in dem Teamfight eigentlich? Ich glaube, ja. Bei Kills hast du abgestaubt. Ich habe abgestaubt. Das war Pronus. Also, ja. Ach, selbst unser Support hat einen Kill bekommen. Magst du kurz Mitte halten? Ich habe kein Mana. Ja, und ich habe kein Leben. Okay. Ich kann von mir aus auch hierbleiben. Oh, schön. Dann tötet mich noch die Lox. Die ist nämlich so ultra-Pro. Hm. Neeecht. Lox ist Mist. Ja, die ist Mist. Ich mag das schon. Ja, da ist er. Der Nuno ist nämlich gerade von mir geflohen. Ich würde irgendwie unten aufpassen. Die wissen, dass ihr da seid. Wo ist sie denn los? Da ist sie. Wo ist sie? Bei dir im Busch? Hm. Da ist sie. Oh, lass die mal irgendwie abfangen. Ja, deswegen. Deswegen ja. Chris, lass uns von hinten kommen. Hm. Von da. Aber ich bin noch ein bisschen langsam, also. Oh, oh. Oh, was? Nein. Hi, hi, hi. Ist der Ende des Abelscheuers? Schubst er den Supporter weg, weil der so zu zahlen macht. Aber ich bin gerade instant ein schwarzes Wall kaufen. Das ist ja auch richtig. Ja, wie er sich nach oben weggefasst. Nein, Hilfe. Er schubst mich. Nunu wird jetzt wahrscheinlich hochkommen. Der ist nämlich oben weg. Ach, komm. Die Lux. Ach, du Scheiße. Du, ich bin ein bisschen lowlife gerade auch und so. Ah, ja. Wegschab hat schon. Ich will doch nur, falls sie hinterher kommen, ein bisschen Schaden machen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja. Die Lux ist gerade richtig knapp weggekommen. Ich hätte noch mein Ulti nur noch zünden müssen. Ich wusste nicht, dass die einfach in meinem Pillar of Flame drin bestehen bleibt. Das war in der Trine. Yeah. Yeah, mach Schaden. Los, noch mehr Schaden. Ja. Töte es. Ach, shit. Dachte ich, den Alistar vielleicht noch. Boah, da ist ein Zeppling drinne. Chris? Ja. Kannst du den wegmachen? Jo. Komm. Der ist da in dem Busch. Äh, gehst du weg? Die Luchs einfach genau gleich viel Farm hat wie ich. Weil ich so scheiße farme gerade. Oh, die so schlecht ist. Ja, weil ich so scheiße farme. Hast du den Pillings da weggemacht? Genau da drin. Ach so, dann ist er vielleicht schon weggegangen. Da war aber eben einer drin. Komm, wir gehen den Luchs an den. Oh, die geht trotzdem immer noch voll auf Schaden. Komm, wir gehen den Kuh. Oh, 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 okay. Also, meinetwegen kann er kommen. Nee. Ich bin auch fast wiederum. Ich nicht. Magst du mit übernehmen gleich? Jo. Und dann machen wir meinen Blue. Blue, blue, blue. Blue, baby. Ich schalte das. So ein Hextech wäre schon geil. Jo. Ich spiel Branden mal ohne. Stimmt, was auf Ulti-Cast oder so. Ich spiel Branden mal ohne. Ich hab den auch noch nie mit Hextech-Dings gespielt. Mit Hextech-Revolver. Aber man kann ja mal ein neues testen. Ja, fickt dich doch. Und dann war noch weg. Hm, die hat 198 AP. Und ich hab 370. Machst du mir ein Blue? Oh, da gibt's. Yippie. Oh. Moe ist soweit. Okay. Nö, die lass ich dir. Lux SS. Kann sein, dass die noch nach unten kommt. Vielleicht gammelt sie auch im Turm. Vielleicht kommt sie zu Telek. Ich weiß es nicht. Gerade, ehrlich gesagt. Wo die rumgammt. Gammelt. Oh, da ist sie. Hab den falschen hier fokussed. Sorry. Hab sie gefunden. Aber ich hab dem Maokäu sein Orakel weggeballert. Von daher. Das ist neu. Man konnte überhaupt nicht an die blöde Kuh ranen. Man muss. Guck mal, da ist ein Bäumchen bei dir oben. Hm, kommt mir schön. Lux SS. Lux Reh. So ne Trine. Ohne Witz. Hm, jetzt hat er keine Orakel mehr. Lass die mal töten. Ja, ich kann da schlecht enttäuschen. Die kommt ja jetzt wieder vor. Los, auf. Geflasht. Sehr schön. Kannst dann gleich nochmal kommen und dann. Auf von der anderen Seite. Jip. Oh, ja. Der hat auf jeden Fall keine Wards. Oh, Lux geht nach unten. Wenn ich komme. Boah, schade. Ich dachte, ich dachte, ich überlebe es noch. Ich dachte es aber auch. Fast hätte ich es überlebt. Aber, naja. Ihr tötet ja alles ohne mich. Also hätte ich die Ultifrae zünden müssen? Schade. Sehr gut. Sehr gut. Boah, knapp überlebt, du. Lass uns bitte pushen. Okay. Kriegen wir hin. Sehr cool. Mal shoppen gehen? Ich? Hier. Ach, wieso geht der Turm im Ofen nicht böse? Ein Krieg mal noch. Oh. Du hast aber gerade irgendwie ganz schön viel Schaden gemacht an dem. Nochmal ein Punkt. Sehr schön. Wer ist ein Mädchen oben? Guten Tag, ihr Lieben. Keine Ahnung. Hi. Der diskutiert damit irgendwie. Vielleicht ist es aber auch eine Sie. Man weiß es ja nicht. Nein, Eden hat er zu seiner Frau gesagt, der wird gleich kommen. Äh, Wayne. Sie versorzt, der direkt denkt. Bei der Frau Sont gesagt. Luxus-Ree. Eno. Wie geht das, Süßes, Sven, ja? Brand. Tun wir doch. Möchte Brand üben. Ne, eben brauche ich ihn jetzt nicht mehr. Oh, Nuno, ach, na. Bist du wieder gut mit ihm? Grad ja. Also ich bin da. Da kommt eine Fiederkulinte. Was? Schon wieder eine Fiederkulinte? Oh, wie langsam. Bin ich, bitte. Sehr schön. Das war eigentlich nur ein Ulti. Double Kill. Ich mache einfach zu viel Schaden. Wollen wir mir den Blue-Buff machen? Ja, komm. Hippie. Ich schaffe es. Oh, das ist mir okay. Komm mal, Fokus. Komm mal. Wah! Lol. Wie ich 8-0 hab. Wie ich 5-3 hab. Wie ich out of mana bin. Kommst du mit? Du bist tot? Ja. Ah! Hast mich nicht beschützt. Tom! Okay. Oh, lol. Und er fiedet weiter. Wer? Ich? Ich brauche mana. Ich stehe 3-3-9. Ich brauche mana. So, ich muss hier mal schnell weg. Ich auch. Also, Ports 2.400 Gold, also bitte. Ich habe fast 2.000. Ich brauche mana. Gut, dann gehe ich gerade top auf hin und dann mache ich den Bluten. Juhui! Hab ich dir schon mal gesagt, dass du mein Lieblingsdrungler bist? Äh, ja, aber noch nie ins Gesicht, also ins Gesicht, also ins Gesicht, noch nie in your face. Ja. Wenn er junglose. Und was bin ich? Mein Lieblingsdrungler. Ja. Weil ich gehe nicht schon, wenn man teilt mich auf Top-Plan ist. Und du bist meine Lieblingsdrungler sein. Blu! Blu! Lieblingsdrungler ist Lieblingsdrungler, yeah! Friss! Du bist mein Lieblingsdrungler, nicht meine Lieblingsdrungler, nicht meine Lieblingsdrungler. Och, krach, man. Immer warten, wenn deine Stimme sich aufhöre, Schaden zu machen. Im Schleim hast du eine Bachelorarbeit geschrieben, was? Svenja? Hi, rutsch mich aus. Holen wir der in Blu? Was ist daran so schlimm, wenn ich sage, dass sie meine Lieblingsdrungler sind? Das heißt doch nicht, dass sie nicht machen. Aber Svenja, wenn nichts daran denken, wird er es damit schwachen, wenn ich... ruhig stehen bleibe und mich nicht mehr drauf haue. Ich dachte, du hörst auf, weil es schon so viel tot war und so. Nein, dann drücke ich das S. Oh, ja. Dann lass uns was so... Den Blu? Nee, leider nicht. Oh, lol! Ach, kommt! Hat jemanden links? Alter, was? Und der Mau-Kai! Uh, der Turm steht ja noch! Die haben mich zu zweit gerade geholt und der Mau-Kai ist fast bei Truppe, Jack. Der hat den so jemanden. Alter, beim nächsten Mal fick ich den so dermaßen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der einfach noch nicht gerespawnt. Oder die Lux hat den. Die ist ja schon ewig nicht mehr aufgetaucht hier. Das natürlich reicht. Scheiße. Na, wartet mal, ihr wen Kacklacken da oben, Alter. Euch ruhig, oder? Wo ist der Cockmore? Der stirbt immer so schnell. Also... Cockmore mit Matriz! Ey, könnt ihr irgendwo pushen? Weil oben sind zwei. Euch können nur drei entgegenkommen. Okay. Machen wir. Hier sind schon mal zwei. Ui. Wow, Kai, echt Stufe 13. Was ist das? Ah! Scheiß Turm! Wieso geht der auf mich? Lux ist aber noch berrig. Jetzt stirbt da wer. Hat die den Blue? Ja, die hat den Blue. Wie denn? Da sind drei. Ich bin doch nicht eins gegen drei da rein. Eine ulti, ja, das Wort. Ich wollte gerade sagen. Jana ist auch ein bisschen, ein bisschen komisch positioniert. Da kommt dir noch eine Lux entgegen wahrscheinlich gleich. Da ist ein Nunu. Tötet ihn. Ne, tötet die Lux. Also ich will die Lux töten, bitte. Da sind wir jetzt noch mal weiter. Braucht man nämlich einen Bloch. Na, ist ein Kumpel. Na, ich muss mal in den Wald. Nehmen wir mal welche da? Im Wels. Ein Kotzmann steht in den Wald ganz still und stumm. Es hat verlauter Angst. Ne, 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 ne. Auf wen dann die Fiederkuchen? Kotz mal. Kotz mal, Wende. Soll ich hin? Soll ich hin? Nein! Zirpling! Okay, ordentlich los. Wow, 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 wow. Ja. Lol. Ey, Wende war nicht da. Ja. Wieso sagt unsere Welle nicht Bescheid, dass sie nicht da war? Ich war dort. Du hast das gesehen. Du hast mich nicht gehalten. Ja, aber dann jemand von dem Tower weg. Die holen dich. Ohne Probleme. Wer hat die Lux jetzt gefiedert? Die hat auf einmal 5-5. Die hat zwei Kids von mir. Nein, ich hab jetzt 9-1. Die 1 stört mich. Weil du nicht jedes Mal aus dieser scheiß Nu-Ulti raus. Nein. Wer macht denn da so viel Schaden? Kotz mal. Von Lux hab ich gar nichts abgekriegt. Ich wurde von Kotz mal getötet. Nee, ich hab alle von Lux hier verlassen. Jetzt haben sie einmal gut gegengepusht hier. Was rauscht bei dir da immer so? Achso, das war grad ein Zug im Hintergrund. Wie? Wie? Tuff, 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 die Eisenbahn. Wir brauchen mehr Walls. Wer will mit zu Sven er fahrt? Ja, ich hab mehr mit. Nee. Wie das Minion dir eiskalt hinterherläuft. Aber wie will ich's töten? Aber hey, ich hab den Nuno getötet. Den hab ich zwar überhaupt nicht getötet. Also ich weiß gar nicht, auf was ich grad gegangen bin. No, fuck. Nee, fuck nicht Mauer. Haben sie... den hat den grad gemacht. Nein! Oder war der noch nicht ab? Der Blue ist auch nicht da. Nee, den hat die Lux grad gemacht. Puh. Böse Lux, der hat ein Hourglass. Das brauch ich mir grad erst. Hat ein Hourglass? So, und jetzt Hourglass? Aua. Naja, Aua. Verstehst du? Aua. Uh, Dead Epics dann. Mal wieder. Äh, Brand Blue? Ja. Aber immer doch. Siehst du mal, man muss das erst drücken, ja? Jo. Das sag ich mal, der Beck für mehr Wurz. Dann komm, die wählen aber bitte nicht mit. Ja. Mach besser. Ja, ja. Bevor er wieder weg ist. Danke. Yeah. Und hast du die Minus verarbeitet, das ist doch mal was. Ja. So gehört sich das. So gehört sich das. Lux Double Buff. Von mir. Zäh! Die haben Worts. Ja. Und hier haben wir einen Ward drin. Lass mal weiter zurück, dass das da vorne mit dem Stunt trifft. Oder sowas da. Ey, der hört sich grad an wie Roboman. Wer denn? Aviral. Lucky Lucky. Ich sag, ich glaub auch mal Lucky Lucky. Wanderer Höhe krass. Was? Gestunt! Telek, nicht da rein! Warum nicht? Doch. Alle rein da. Ich komm auch. Das ist nicht von euch. Los, töte das! Ah, weg von mir! Weg von mir! Doppeltöten. Auf einmal ist die Lux unstoppable hier. Weil die sechs Kills in a row macht und alle nicht an mir. Ja. Nein, das liegt da dran. Weil die unten... Ich wollte nur anfangen an, an, an die Lux ranzuspringen. Ich musste erstmal mit nem Kuh überhaupt drin kommen. Töte sie! Uh, fette Kuh, ey! Oh lol! Das macht aber viel Schaden. Ach. Ja, wie oft die auch ihre Ulti... Ha! Wie sie geflasht ist! Sehr schön. Ja, Lux Ulti, hallo? Ja. Niedrigst Cooldown ever! Ich will auch mit pushen. Oh, the gate of trade. Ich will auch mit pushen. Wieso nehme ich eigentlich immer diese bekackten Wege? Ihr seid immer viel schneller. Ja, wir hatten ja auch ein Gate. Ja. Ach ja, stimmt. Wir hatten ne Telec-Gate. Genau. Du brauchst ein Telec im Elementar. Ich hab ihn auf der Toplane und ein Tor... Das war so klar. Alter! Das ist langsam übertrieben, oder? Nö, 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 nö. Du bist fast tot, man! Mach mal dein Gate! Gate, gate, gate! Warte, warte, warte! Gate, mal gleich, warte! Ja, die werden uns weiter chasen. Wollte ich rennen rinnen, damit sie nur mich holen. Nein, deswegen sage ich rennen nur rinnen, damit sie nur mich holen! Ja, gut! Nein! Ich wollte den Stun, Mann! Ja, aber... Ja, na! Ja, jetzt hab mal vorher gesagt, vielleicht wird durch die Young und dann weg auch mal weggekommen, aber ich wollte das Bus rumrennen, damit sie sich länger überlebt. Yeah, that brand! That brand! Ah! Das ist Veto! Sehr schön! Sehr schön! Warum fressig? Achso! Kommt die Wain! Ah! Oh, die Fiederkuh! Wie der Supporter den Supporter killen will! Ja! Mein Dot! For the win! Wain! 12-1! Baby! Yeah! Ach, ich durfte mal ein paar Wortsetzen. Ja! Dann lässt du dir wohl so ein Jungle mit! Das Tolle ist ja, dass mein Fraps nebenbei alles aufnimmt! Mhm! Ich freu mich grad richtig, dass das mal ne gute Runde wird mit dem! Ja, wunderbar! Da wo ich Jace ausprobiere so richtig, weißt du! Mit meiner 4-6-12! Ey, echt! Oh! Hättest du es jetzt nicht gesagt, wär's bestimmt keiner aufgefallen! Ja! Ja! Dann mach ich den Baron halt! Machst du ihn grad echt alleine? Ja! Ganz alleine? Krass! Nice! Ist doch fast so geil wie die Gangplank-Ulti am Baron! Machen wir noch zwei! Gangplank-Ulti Baron, Nocturne Tod und Baron ist Steal! Ja! Das ist, wenn ich ihn probiere zu Steal! Ich hatte doch schonmal so nen Epic Trade! Also noch nen zweiten! Was war das denn nochmal? Sollen wir mal die Bottom-Lane pushen? Oder gucken, ob die nen Blue haben? Kann beides tun! Die Luxen-Blue? Ja, da ist er! Wollte mir nicht erzählen, dass Telek mal nicht feedet! Hä, wieso? Okay, geh weg! Telek mal nicht feedet! Oh, gut! Wie redest du über meinen Telek? Oh Gott, mei, es ist doch mein Telek! Telek feedet schon lang nicht mehr! Mei, nicht feedet! Sag mal hallo! Geht's noch? Haben wir den ausgetrieben? Ausgetrieben? Wie so nen bösen Geist! Mir wurde endlich mal meine Top-Lane zurückgegeben! Ne, die hast du immer gehabt! Nur hast du nicht genug Liebe von Chris bekommen! Ne, die habe ich nicht immer gehabt! Weil ich leider... Der kriegt meine ganze Jungle ein lieber auf der Top-Lane! Ach so, ich dachte, die kriege ich! Außer wenn ich Renexen spiele, weil der Wester, dann brauche ich auch nicht hochkommen! Wieso? Krokodile und Drachen sind in OP! Krokodile und Drachen sind in OP! Krokodile und Drachen! Oder wenn ich Schinsau umspiele oder Garen! Oh, hm, 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 oh! Schaden! Geht! Bam! Böse Lux! Ich habe einen Double-Kill gemacht! Wie viele Kills hast du mittlerweile? 14! Genug! Die sind Sonjas gezündet hat! Mhm! Ich habe auch noch einen Sonjas! Was hole ich mir denn jetzt als letztes? Irgendwie haben wir gerade voll den Kuck mal unter dem Arsch weggeklaut! Ich vergesse immer das... Das war ich, sorry! Boah, der wollte gerade mit meinem Kuh abstauben, Mann! Achso, wenn's... Ne, wie gesagt, die Carries dürfen ja kein KS! Das war ja kein KS! Ich habe meinen Ulti einfach in alle reingeschossen, weil da 5 auf einem Platz standen! Wenn ja, selbst wenn, du wüsst's! Ah, für Carries, du darfst das! Ja, hallo, ich mache ja auch Schaden! Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll! Okay, du hörst vorbei! Nicht enden! Nein! Ich lebe aber nicht! Ich will mit teilhaben! Aber ich meine, sie haben einen guten Fokus gehabt! Echt? Ja! Ich würde aber samieren, die mir herangekommen sind! Ich habe sie nicht gefokust! Das war doch mal ein schönes Game! Ja! Das haben sich auch viele mal einen Branch Let's Play gewünscht! Hier ist es! Fertig! Ha! Hehehe! Hehehe! Hehehe!